Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Medium. Ja, letzte Folge haben wir noch die Teile des Globus gefunden, haben uns da ein trauriges oder einsames Gesicht zusammengeschnitten, geschneidert, nicht zusammengeschnitten, oh Gott. Ähm, ja und in dieser Folge suchen wir noch die letzte Seite oder den letzten Teil des Notenblatts, um an dem Klavier vielleicht ein bisschen Musik zu spielen, spielen zu können und ja, schauen wir mal rein, was hier noch so rumliegt. Ein paar Klaviertasten. Ich liebe diese Melodie. Es erinnert mich von meiner Kindheit. Eh, zumindest die guten Teilen. Aber die schlechte Teilen... Sie sind immer da, nicht wahr? Du bist eine sehr smarte Frau, Lilly. Du kennst das, nicht wahr? Du bist... Special. Ja, vielleicht könnte es sein. Könnte sein. Ah, mir ist gerade aber auch aufgefallen, wir können ja das... Diese Anomalien, die wir hier haben, nur auslösen, wenn beide am gleichen Ort sind. Moment. Ich muss mich gerade mal... Reuspern. Aha, das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Hier liegt noch ein Bild von einem Mädchen. Scheint aber irgendwie... nicht weiter wichtig zu sein. Okay, mag nicht schneiden. Schneidet nicht mehr so gut wie vorher. Wird langsam stumpf. So, dann können wir hier... ...den Schlüssel benutzen. Come on, Richard. Gut. Du warst immer da, als ich brauchte dich. Lass mich zurückgeben. Ah, ich weiß nicht, Thomas. Was für meine Arbeit? Universität? Richard, ich weiß, dass sie dich ausfüllen. Ich denke, dass du endlich geschafft hast, die Leute richtig gewonnen. Bleib mit uns, mein Freund. Mach es für mich. Für sie. Also, er hat ihn hier gebracht? Hm. Ich weiß, wer er bedeutet von ihnen? Eine Brille. Oh ja, da können wir das zusammensetzen, was ich vorher gesagt habe. Halt. So, das ist, wie du ihn gefunden hast? Ja. Er ließ dort einfach. Er, äh... Herr Recker? Ich... Entschuldigung. Er war ein Freund. Ich... uh... Ich brauche nur einen Moment. Das ist nicht wahr, Thomas. Du glaubst, er... es deserved. Hm. Auseinandergelebt. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie gefiel... Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Ah. Jawoll. Äh, halt. So. Gibt's noch was? Ich glaub nicht. Dann zum Klavier. So. In welche Richtung? Aber war wohl diese. Was ist das da draußen? Ich möchte mit diesen Händen nichts zu tun haben. So. Uncle Richard! Meine Hände fühlen. Du hast mich schon lange gedreht. Almost fertig. Du weißt, Lilly, du mich erinnerst. Ich habe mich von jemandem. Eine Frau, die ich hatte, als ich sehr jung war. Ich habe sie. Du sie liebst? Ja. Mit einem junger, innozigen Liebe. Mit einer fremdlichen Liebe. Mit der... von der... von der... von der... von der... von der... Richard. Ich habe eine weirde Fiebe von ihm. Es ist... ... 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 Oh. Uns will wieder irgendetwas was zeigen. Wahrscheinlich, dass die Hände uns jetzt greifen. Okay. Da kann man auch raus. ... ... ... ... ... ... Ja, die Hände da draußen. Oh Gott, die ganzen Körper Gänsehaut jetzt. Ja, die Hände da draußen. Ja, die Hände da draußen. Oh Gott, die Hände da draußen. Oh Gott, die Hände da draußen. Oh Gott, das ist ein Mensch. Oh Gott, das ist ein Mensch. Oh Gott. 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 Ich konnte ihn nicht wissen. Ich legte ihn in mein Haus. Es war wie ein Vater für mich. Wie kann er das tun? F***ing Bastard! Wer kann er? Ich sagte, wir können nicht nur jemanden, sondern uns selbst. Machen wir das zusammen. F***! Was machen wir jetzt? Wir warten. Und wenn er zurückkommt? Oh, einfach... Woah, 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 woah. Easy, Tiger. Erinnerst du, was hier drin ist. Ich mache... ... was ich mache. Ich werde es schnell machen. Denn wenn du nicht... ... ich werde... ... töten ihn. Thomas. Ich... ... ich... ... nicht erwartet. Ist... ... alles gut, mein Freund? Ich war... Es macht dir ja erst, was ich... Anne? Wenn ich das почему... Name bin... Frau Reib. Ich 15 Jahre altesdon Connie... ... ich spach Dir. Sie gehört er an was. Thomas amus. Egal! Wie machen sie das? Ich meeting uns nicht. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich überprüfen. Auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich habe mich nicht verletzt, Richard. Thomas, bitte. Ich habe mich falsch, Richard. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Thomas, ich muss mich verstehen. Es ist ein Sting in mir. Verletzt mich. Du musst mich glauben. Ich wollte mich sterben. Ich mache es schnell. Thomas, ich bin sehr entschuldigt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich hätte mich nicht verletzt. Ich hätte mich nicht verletzt. Aber du hast es. Ich habe mich nicht verletzt. Aber du hast es. Nein. Ich werde mich nach Hause. Ich werde mich nach Hause. Ich werde mich nach Hause. Oh, 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 oh. Ah, wir spielen jetzt also ein Stück weiter als Thomas. Is this where it started, Richard? The place that broke, made you what you are? So. Hoppala! Oh. Ah, da bin ich auch wieder. Oh, ich sollte... Ja, ich hab das kurz mal mit LB verwechselt. Du fühlst es, Thomas? Es ist etwas hier. Es wuchs auf dem Tag, als sie zu uns kam. Es hat sich übergebracht. Es hat sich zu Hause gemacht. Es hat sich... Es ist ein wundersatz zu sein. Dieser Ort schützt von ihnen. Hier passiert etwas Schreckliches. Es verändert Richard für immer. Nein! Was ist das? Lass ihn allein! Das ist es. Richard's big ugly secret. The sum of all his demons. Uff. Wir sind also in Richard's Kopf. Hm. Pater's Messer. Richard? Dein Vater hat seinen Knopf vergessen. Du gehst es zu ihm. Vater, du hast dein Knopf vergessen. Huh. Danke, Richard. Du weißt, was? Warum nicht du es hältst? Aber es ist dein Knopf Glück. Und jetzt ist es dein. Du brauchst es. Ich werde morgen weg. Was? Nein! Was ist das Schrocken? Was ist das Schrocken? Der Armee geht nach Westen. Und ich werde mit ihnen gehen. Aber... Nein! Ich will nicht, dass du gehen kannst. Ich will nicht, dass du zu gehen kannst. Aber manchmal, was wir wollen, ist nicht was wichtig ist. Verstehst du das? Ich... Ich... Wann wird du zurück? Geh dir deine Mutter, Richard. Du bist jetzt der Mann des Hausens. Okay, jetzt tut's nichts mehr. Jetzt tut's nichts mehr. Hm. Hm. Abzeichen. Militärabzeichen. Du wirst aufstehen. 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 Da ist wohl was in dem... In dem Schreibtisch. Das Feuer ist aus. Hm. Polish Republic. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablebens von Leutnant Tadeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Der betrauerte starb unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für immer für das Opfer dankbar sein, dass er zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat. Der Verteidigungsminister. So. Der Vater ist also wohl im... Im Zweiten Weltkrieg gestorben. So. Brief. Anger. Zu hell. Hey Richard. Ich wollte gerade schon sagen, hier sieht es nicht mehr so düster aus. Hier sieht es nicht mehr so düster aus. Hier geht es aber auch lang. Hm. 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 Wie langsam er auch läuft dann. So ein halbes Joggen nur. Wir machen Powerwalking. Komm schon, Slowpoke! Da ging es auch schon wieder in zwei Richtungen. Ich würde gerne immer alles ausschöpfen, aber ich glaube, wir kommen da am gleichen Punkt raus. Hm. Hier. Ich versuche noch mehr zu morgen. Danke, Richard. Ich kann dir nicht sagen, wie viel das für mich bedeutet. Hat wohl Brot geklaut? Vielleicht? Echt? Gott. Ist das ein Labyrinth? Hier. 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 Aber was ist das? Hier. 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 Also geschlafly. Hier. Hier. Es ist her complicado. Es gibt das Brot. Es ist sehr wichtig. Rose? 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 Wollt schon nach den Namen fragen? Ich muss schon sagen, hier sieht es echt schön aus und ich werde den Moment jetzt noch kurz genießen und werde die Folge hier an dieser Stelle beenden. Und wir gucken uns in der nächsten Folge gleich an, was hier noch auf uns wartet, in Richards Kopf sozusagen. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis dahin, macht's gut, ciao.